Er wurde zum Töten ausgebildet. Guten Morgen. Doch dann wollten sie ihn loswerden. Das ist eine Pfade! Zwölf Jahre hat er versucht, die Vergangenheit zu vergessen. Ich bin dir eine Menge schuldig, John, aber der Krieg ist vorbei. Du kannst es nicht ändern, deine Kameraden sind tot. Quang hat sich ein Imperium aufgebaut. Macht ihn fertig! Doch Vietnam kann man nicht vergessen. Der Mann ist ein Mörder! Die Zukunft gehört uns, Freunde! Stahljustiz! Ich hab die besseren Karten! Lieg dich nicht mit der vietnamesischen Mafia an! Ihre Frau ist meine Geiser, Mr. Steele! Sie können mich nicht aufhalten! John Steele ist wieder da! Sie können ihn nicht aufhalten! Sie können ihn nur töten! Stahljustiz! Er will Quang töten! Leider noch eine alte Rechnung offen haben! John Steele hat kämpfen gelernt! Man braucht eine Armee, um ihn zu kriegen! Deswegen bin ich ja hier! Stahljustiz! Das ist das! Das ist das! So ist das! Das ist das, was wir doof! Das ist das, was wir uns zu bringen! Er ist das, was wir von Quang...